Ihr geilsten Fans der Welt, wir sind's wieder, Rainer und Faxe mit der brandneuen Ausgabe von Marsch News. Heute stellen wir euch eine Band vor, die wir uns eigentlich schon 2020 gefreut hatten. Europas wohl bekannteste Volbeat Coverband, Still Counting. Geil! Aber den Rest erzählen die Jungs euch wohl selbst. Sie haben uns ein Video geschickt, vorher tünchen wir das Ganze noch in einen schönen Schwarz-Weiß-Ton. Ja, so ist richtig, hundertprozentig. Und bis dahin wünschen wir euch ein richtig geiles, frohes, neues, moschiges Jahr. Und ich sage bis dahin, Marsch on! Hi, wir sind Still Counting a Tribute to Volbeat und wir spielen bei Motion May. Das Ganze findet im April statt, und zwar am 21. und am 22. mit richtig dicken und fetten Bands. Ja, und wir sind da am 21. April, am Freitag. Also wer Bock hat auf Volbeat, der kommt bitte vorbei. Informiert sich vielleicht vorher nochmal ein bisschen auf motionmay.de. Genau, und feiert mit uns und dem restlichen Motion May-Publikum eine richtig dicke, fette Party. Also, bis dann und Peace! We know about the love of death, but breaking strong and the rattlesnake, shaking and the gullies on the floor. Cause we die to live, we die to live. We can go the night to the morning, light in the mail, we'll be the team. Holocops got all the tracks in the center, thrown by you. Let it burn, let it burn. Oh, let it burn, let it burn. Oh, let it burn. Oh, let it burn. Oh, let it burn.